... Köln gegen 1860 München. Ja, es geht ums Geld, nur es ist halt diesmal umgekehrt. Der FC will mir mehr zahlen, als ich nehmen will. Also das ist die Schwierigkeit. Sie wollen mir das Geld praktisch aufdrängen und das möchte ich nicht. Wie darf man das verstehen? Das war jetzt ein Schatz, ja? Du bist ein Blitzknäser, sagt man in Österreich. Dankeschön.